Willkommen von ihr. Wir sind mal wieder mit einem neuen Video mit Max. Ja und ja, wir gehen zum Kiosk. Bis gleich. Wir haben so lange zu dem Kiosk gebraucht, das ist schon dunkel. So Leute, hier sind wir beim Barbar-Kiosk. Ja, bis gleich, wenn wir wieder draußen sind. Leute, wir sind wieder draußen. Hier haben wir erst mal ein bisschen Einkauf. Ja, ja. Wir gehen jetzt wieder zu mir nach Hause. Ich glaube, was ist das für eine Katze? Alter, die ist so creepy. Wir rennen gerade nach Hause. Marathon. Da sind wir, meine Leute. So Leute, wir haben eine Sache gekauft. Diese Lollis hier, ich weiß nicht. Hier ist auch Kaugummi. Hier kommt gleich der Nächste. Dann kommt noch einer. Noch einer, hier. Jetzt kommt dann noch einer. Ja, diese zwei sind für deine Schwester und diese zwei sind für mich noch nicht, oder? Ich glaube, diese beiden waren von mir. Ja, genau diese beiden. Wir haben auch drei. Ja, Leute, wir haben hier noch Kegel. Wie wollt ihr den denn lutschen? Sag mal. Hier noch ein Kegel. Dann haben wir noch etwas hier. Lollis. Ja. Und noch dieses. Genau, das haben wir alles eingekauft, Leute. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.